Heyo Leute und willkommen zurück zur erneuten Dockham Battle Summs. Diesmal geht's rein ins 8-jährige Jubiläum und ja, da gibt's wieder zwei Banner, natürlich wie halt immer so. Dual Dockham Fest halt. Zum Glück, zum Glück haben sie das nicht so gemacht wie bei der Worldwide Celebration beziehungsweise zu der Download Celebration und das find ich halt einfach geil. Die Charaktere, muss ich sagen, haben mich anfangs nicht so gehypt. Der Charakter find ich aber viel besser als den GT-Charakter, hab ich am Anfang schon viel mehr gehypt. Aber jetzt, wo wir die Animationen haben, wo wir das Design haben, wo wir jetzt alles haben einfach, muss ich sagen, das sind schon richtig geile Charaktere. Ich nehm alles zurück, was ich gesagt hab. Ich bin richtig hyped. Die Charaktere sehen richtig, richtig, richtig geil aus. Und die Banner auch. Ich geh in diesem Video hier erstmal in dieses Banner rein, in das Buusaga-Banner. Ich kann schon nicht mal reden, aufregen. Ich bin wirklich so hyped. Ich hab halt auch Angst, weil man kann halt die Suns, die ich gemacht hab bei Beast Gohan und Orange Piccolo, das wird nicht zu übertreffen sein. Das geht nicht besser. Und ich werd mir hier viel rumfassen wieder wegen diesen dummen Kopfhörern. Ich hasse die. Und ja, es wird nicht besser werden als bei Piccolo und Gohan. Das kann ich euch leider schon mal spoilern. Das geht gar nicht. Wenn's besser wird, dann bin ich wirklich komplett am Boden vor Hype und allem. Ich hab 2900 Stones gefahren. Das ist wirklich alles komplett Free-to-Play, ne? Ich bin Free-to-Play-Spieler hier. Ich hab so hart reingegrindet. Ich hab so Bock. Und die Banner sehen fantastic aus. Wir gehen kurz eh mal über die Banner drüber. Und dann gehen wir erst rein, weil die Banner muss ich euch zeigen und sagen, was sie überhaupt brauchen, was nicht. Deshalb geht's mal rein hier. Oh, es ist so lecker, was sie... Oh, also wirklich, ich bin so hyped. Ich hab aber auch wieder richtig, richtig... Hallo, kannst du bitte... Es lädt ziemlich lange. Die Server sind ein bisschen überlastet, weil jeder ultra-hyped ist. Aber wird schon kommen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin halt wirklich ultra, ultra-hyped, weil... Oh, die Arts sind... Oh, und jetzt guckt er... Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein so großer Spirit-Bomb-Fan. Aber sie haben das, finde ich, komplett genailt. Sie haben's, finde ich, einfach perfekt umgesetzt. Das ganze Design ist einfach richtig geil. Ich hab jetzt schon ein bisschen Gänsehaut hier überall am Körper, weil ich echt Schiss hab, dass ich einfach keinen ziehe. Wirklich. Am liebsten hätte ich es natürlich so wie bei Piccolo und Gohan, aber das waren halt solche... Ja, die sind nicht mehr zu übertreffen. Die Banner-Unit brauch ich nicht unbedingt. Wäre nice to have, ist aber leider nicht so gut. Und, ähm, Gamma-1 hab ich auf JP, nur auf 55%. Dupes angenommen. Das mit Cooler. Boah, bitte gebt mir Cooler. Ich hab ihn auf JP nämlich gar nicht. Ich bin so deep gegangen für ihn damals, aber ich hab ihn nicht bekommen. Wenn ich ihn nicht bekommen sollte, werde ich ihn mir auch mit Coins holen. Safe. Also, Cooler ist wichtig für mich. Äh, Freezer, äh, kann ich, glaub ich, noch ein oder zwei Dupes annehmen. Ist fine. Die Gods hab ich auch nicht auf JP. Ja, ja, da seht ihr. Ich hab nicht nur Luck in Dokkan-Battle. Eigentlich sieht's bei mir nicht so rosig aus, aber... Die hätte ich natürlich auch sehr gerne. Evo fehlt ein Dupe, brauch ich... Nee. Würde ich sehr gern annehmen, noch ein paar Dupes. Äh, Vegito hab ich schon auf 100%. Ihn erst auf, ich glaub, 69. Und da kommt wahrscheinlich eventuell ein EZA jetzt noch im Jubiläum. Und es ist mein Lieblingscharakter in Dokkan-Battle. Ich würd ihn so gern auf 100% haben. Und bekommt, ja, Vegito vielleicht auch noch ein EZA. Ist auch sehr wahrscheinlich. Hab ich auch auf 90%. Einen würd ich annehmen. Und dich hab ich auf 100%. Und sonst ist, glaub ich, nichts mehr drin. Und, boah. Ich muss sagen, es fällt mir jetzt schon schwer. Es fällt mir jetzt schon richtig schwer wieder. Einfach zu drücken und reinzugehen in die Summels. Aber wir nehmen jetzt den Schluck des Glücks an. Mhm. Der muss ballern. Und jetzt... Hab ich Schiss. Ich hab richtig Schiss. Ich hab drei Charaktere, die ich unbedingt gern haben will. Wirklich cooler Gods. Und vor allem natürlich das Wichtigste. Die Buu-Saga-Chars. Boah. Ich rede jetzt so viel rum, weil ich wirklich immer... Also ich bin auch immer so... Immer wie ich privat für mich nur gesammelt hab. Ich bin da immer gesessen vorher und hab so gewartet. Eine halbe Stunde, Stunde. Und war so... Oh. Ist jetzt vielleicht der Glückzeitpunkt? Hab ich jetzt Lack? Hab ich jetzt das Lack meines Lebens? Oder soll ich noch eine Minute warten? Und dann hab ich mir so in den Kopf gesetzt. Einfach so... Ja, wenn ich jetzt Hände waschen gehe, dann hab ich bestimmt mehr gelungen. So dummen Bullshit. Ich bin auch gerade Hände waschen gegangen, weil ich so das Pech abgeweilt... Ja, I don't know. Ich bin so richtig dumm einfach. Ist richtig dumm. Aber irgendwie auch funny immer wieder. Immer wieder funny. Und ja. Ich laber... Ich laber viel zu viel. Ich laber hier nicht mehr lange rum. Wir gehen in den ersten Summon und... Boah. Wirklich. Euch drei. Euch drei. Euch drei wirklich. Gamma, du bitte bitte... Also wirklich Gamma 1. Du auch gern. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay, komm. Zeig mir der Black Rift. Zeig mir der Black Rift. Wie bei Gohan. So will ich's hier sehen. Oh. Lädt jetzt natürlich wieder mal... Wegen den Serverüberlastungen ein bisschen länger. Und das sieht nicht wie ein Black Rift aus, leider. Okay. Zieht gar nicht... Okay. Das Ding ist, was mich übelst abfuckt, ist, dass wir keine eigenen Animationen haben hierfür. Wir haben hier keine eigenen Animationen. Das muss ich echt sagen. Finde ich nicht so gut gemacht. Ich finde, das hätten sie bei jeder großen Celebration machen sollen. Jetzt, dass das halt so ist, das würde ich cool finden. Und ja. Das wäre auf jeden Fall ein Banger gewesen. Imagine einfach so. Super Saiyan 3 Goku fliegt herum mit Super Saiyan 2 WG-Test an der Kombi. Und das wäre so geil gewesen. Warum machen sie das nicht? Das hätte wirklich so ein Banger werden können im Gegensatz zu diesem ersten Summon. So bleibt es auch nicht. Das Ding ist, ich gucke mal kurz, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, okay. Ich nehme auf. Ich nehme auf. Alles okay. Alles okay. Kurz Schiss gehabt. Kurz Schiss gehabt. Oh mein Gott. Ey. Ich habe... Ja. Wirklich. Wenn es so eine Aufnahme verloren gehen würde, ich würde wirklich weinen. Ich würde wirklich weinen. Aber komm. Weiter rein. Ich darf nicht so viel labern. Ich darf nicht so viel labern. Das magen die Bootsaga-Boys nicht. Das magen die nicht. Das magen die nicht. Ich kann nicht reden. Scheiße. Und es lädt so lange. Oh. Das ist das Laden des Glücks. Ist das das Laden des Glücks? Ey. Ich hätte eigentlich noch warten sollen, bis die Server nicht mehr so überlastet sind. Aber komm. Der Hype ist zu groß. Wiz? Oder Vichitta? Wiz. Bitte. Ich hatte Wiz schon... Wiz hatte ich richtig lange nicht mehr. Okay. Kann kein Wiz mehr werden. Ich glaube, ab Super Saiyan 3 geht es nicht mehr. Ich glaube, ab Super Saiyan 3 geht es nicht mehr. Oder? Ich will diese Charaktere, ne? Ähm. Uh. Oh. Okay. Doch. Ja. Ja. Ein Dupe. Ein Dupe. Sehr geil. Sehr geil. Ich liebe die Gammas. Ich liebe die Gammas. Auf Global habe ich ja Gamma 2 nicht. Deshalb hoffe ich, dass da Golden Week Gamma 2 backkommen wird. Aber jetzt hoffe ich natürlich erstmal... Oh ja. Da nehme ich ein Dupe an. Oha. Okay. Zweiter Summon. Richtig gut schon. Zweiter Summon. Den mag ich. Und das Laden... Das mag ich nicht. Gut. Wow. Ganz, 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 ganz komisch, was hier abgeht. Also wirklich. So ein großer Hype in Dockern war schon lange nicht mehr, dass die Ladezeiten so crazy waren. Also das ist wirklich... Das ist wirklich hart. Das ist wirklich ein bisschen zu hart. Gönn doch. Gönn Black Rift auch. Gönn bitte. Ah. Ich... Ey, ich gebe meinen Gohan zurück. Ich gebe meinen Beast Gohan zurück. Äh, Beast Gohan. Ich gebe meinen Beast Gohan zurück, wenn ich die bekomme. Wirklich, ich gebe ihn zurück. Du Faker. Ja, er faked einfach. Er faked einfach. Was faked du? Ich will doch nur ein Double Screen Crack und dann direkt die ziehen, die ich will. Ja, okay, ist ein bisschen viel verlangt, natürlich. Aber, äh, ich... Ich halte die Charaktere halt schon so gern. Ja, dich halt nicht. Dich halt nicht. Dich halt wirklich nicht. Du bist halt so unglaublich useless. Wir hassen dich alle. Keiner will dich hier haben. Wirklich. Gleich wie diese Ladezeiten. Och, boah. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht das ganze Video drüber aufrege. Das könnte sonst Upfuck werden, ne? Aber der Freeze haben wir immer. Das könnt ihr euch merken. Bitte. Bitte. Gönn. Gönn. Oh, Trunks of mine. Äh, Trunks of... Trunks of mine. Komm, Gönn jetzt. Mann, ey. Einfach Trunks of mine. Das ist eine geile Animation, wirklich. Bagger. Komm. Gönn. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Oder? Ja, okay. Wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Angenommen, angenommen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er ist mein Lieblingscharakter. Ja, sie sind schnell outaged. Ist, ist ja. Stimmt, stimmt. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich spiele sie gerne immer noch. Einfach so in random Setups. Natürlich Redstone oder so kann man sie nicht mitnehmen. Aber es sind so geile Charaktere einfach. Ich liebe sie. Deshalb gönnt mir die auf 100% gerne. Aber gönnt jetzt die neuen Charaktere erst mal. Dann, dann erst, mein Boy. Wer bist du? Wer bist du? Dich brauche ich ja nicht. Wer bist du? Okay. Erster Durchgang durch. Und jetzt nochmal Glückwasser. Jetzt macht es endlich wieder den Sound. Vorher war das nie. Warum ist das jetzt auf einmal wieder? Hä? Ganz, ganz weird. Also, Dockern bricht gerade zusammen. Die Server brechen gerade zusammen einfach. Hoffentlich brechen meine Sums nicht zusammen. Hoffentlich brechen meine Sums nicht zusammen. Gut. Brav. Geh. Bro. Bro. Nein, mein Herz bricht, wenn ich die nicht bekomme. Ich habe so gefarmt. Ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht. Ich habe gefarmt. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe kein Leben mehr. Ich habe mein Leben für euch gegeben. Oh. Das Ding ist, vom reinen Kit her finde ich wahrscheinlich sogar die GG Boys besser. Aber ich finde sie ziemlich equal. Also, ich finde sie richtig geil. Beide. Ich will beide unbedingt haben. Deshalb bricht mir das gerade auch das Herz. Okay. Okay. Yo. Bro. Gut. Jetzt ist, jetzt ist der Sound wieder nicht gewesen. Merkt ihr? Da ist gerade richtig was los. Habe ich mein Mikro angeschaut? Upsi. Oh nein, du armes Mikro. Ich habe es angespuckt einfach. Ach man. Vegeta. Vegeta, komm. Komm. Ich glaube, ich muss, also Dockern ist eine kleine Zündere, glaube ich auch. Ich glaube, ich muss da ein bisschen, ein bisschen so wie bei BeastGuan rangehen. Einfach so. Ach ja, komm halt, wenn du willst, aber unbedingt haben. Weißt du schon, eigentlich. Es war eigentlich, also eigentlich, nein, wer bist du? Wer bist denn du? Bruder. Was bekomme ich hier für Charaktere? Ich kenne dich gefühlt. Ja, natürlich kenne ich sie. Aber das ist scheiße halt, würde ich sagen. Oh Gott. Oh Gott. Manometer. Also bis jetzt läuft. Okay. Vielleicht switchen wir auch ein bisschen. Vielleicht gehe ich dann auch mal rüber ins andere Banner. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bleiben wir auch hier, ja. Jetzt habe ich Piccolo schon dreimal gezogen gehabt. Chossing, chossing. Wie ich nur gesagt haben. Alles gut. Alles gut. Bro. Nee. Also das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. 300 Stones schon weg. Das waren meine ganzen Summons. Das waren schon alle Summons, die ich gemacht habe. Auf JP und Global für Orange Piccolo und Gohan. Und dann habe ich sie gehabt. Das ist halt so. Boah. Ich habe echt Schiss. Ich habe richtig Schiss. Das muss gut gehen. Das muss wirklich gut gehen hier. Bitte. Ich liebe euch. Jungs. 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 Ja, da bekomme ich ihn. Das Ding ist, wir bekommen auch während dem Jubiläum wahrscheinlich noch so um die 1000 Stones. Aber ich gehe halt mit 2900 rein. Da hat man schon ein bisschen die Erwartungshaltung halt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Hoch ist. Und dann bekommt man ihn. Und dann bekommt man ihn. Die ganze Zeit irgendwelche Sideshaars. Die nicht jucken. Wenn es... Warte. Haben wir außer Gamma 1 ein Feature get... Doch, ja. Gogeta einmal. In 300 Stones. Zwei Features. Das Ding ist, für Part 1 haben wir ja nicht mal ein ECA oder so angesagt bekommen. Das verstehe ich auch nicht, was da jetzt los ist. Hoffentlich kommt das noch. Bro. Bro. Wo, wo, wo bist du? Wo, 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 wo ist Senno? Wo ist, wo, wo, wo ist Black Rift? Wo, wo sind die Animationen? Wo ist Vegeta? Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist die Fusion, Dance? Wo ist alles? Wo, 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 wo ist das? Was passiert hier? Ey. Ey, bitte mach nicht sowas. Oh, bitte mach nicht sowas. Ich brauche drei Chars aus diesem Banner. Und ich habe noch keinen bis jetzt. Und jetzt habe ich Schluckauf auch schon langsam. Ich bekomme Schluckaufdruck, doch kann ich sage schon kommen. Aber. Nicht zu sehr aufregen. Sie kommen nach Hause, wenn sie. Gar keine Animations. Gar keine Animationen. Wirklich. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Alles gut. Ja. Trash. Trash. Bekomme ich überhaupt mal ein SCR oder? Ah, danke. Danke, Freezer. Danke. Ja. SCR ist auch so Banger. Schaß, wirklich. Genau für das gehe ich rein. Soll ich Summon? Moment. Was? Nach meinen besten Summons kommen wir jetzt zu meinen schlechtesten oder was? Oder was willst du mir jetzt sagen, Spiel? Nach dem Durchgang hier gehe ich rüber. Nach dem Durchgang gehe ich rüber zum anderen Banner. Das kann nicht wahr sein. Also in dem Video werde ich wahrscheinlich bis 2000 Stones oder so runtergehen oder keine Ahnung wie weit. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Mikro, glaube ich, schon wieder angespuckt. Oh Gott, das arme Mikro. Ich rage normalerweise nicht. Virus. Wo ist Witz? Wo ist Witz? Wo ist Witz? Oder wirklich? Ich habe noch nie Witz-Animation bekommen, wenn nur einer von beiden geflogen ist. Das wäre gut. Ja, oder ich werde hier komplett gebrochen. Oder was? Ja, ist cool. Wirklich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Garmeins. Ich liebe dich. Wirklich. Aber bitte. Neue Charaktere. Neue Charaktere. Bitte. Bitte. Ja, cooler. Cooler. Ja, wäre schon was. Oder bitte die Boo-Boys. Die Boo-Boys. Imagine. Wirklich. Die Community nennen sie so Boo-Boys. Ach, Mann. Ja, die Community wird bestimmt irgendwie wieder mit den dümmsten Namen auftauchen, die es gibt. Ich sehe es schon kaum. Das ist es. Senno. Ich schwöre es dir. Das sind sie. Das sind sie. Wo ist er? Das sind sie gerade auch noch. Noch höhere Wahrscheinlichkeit jetzt. Komm. Dankeschön. Ja, okay. Ja, Trash Fiction. Ja, wer bist du? Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Ich brauch dich nicht. Junge, du bist wirklich so scheiße. Ja, aber da ist noch ein Feature drin. Da ist noch ein Feature drin. Da ist noch ein Feature drin. Da ist wirklich noch ein Feature drin. Und es ist der, den ich auf 100% habe. Es ist der, den ich auf 100% habe. Und wer bist du denn jetzt schon wieder? Nee. Nee. Okay. Ja. Sorry. Sorry. Ich wollte eigentlich reingehen mehr für euch noch. Aber wisst ihr was? Wir gehen mal rüber. Andere Spanner gönnt ja eh mehr. Andere Spanner gönnt ja eh mehr. Ja, jetzt haben wir gar nicht. Ja, nach dem Multi zeige ich euch dann, was ich alles brauche. Nach dem Multi zeige ich euch dann, was ich alles brauche. Aber gerade muss ich einfach. Ich muss hier einfach direkt die GT Boys bekommen. Direkt First Multi. Das brauche ich jetzt gerade. 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 Ja, das ist... Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Angst, Gänsehaut. Ich habe wirklich Angst. Zwei... Ich habe... Ich habe 500 Stones schon aus... 500 Stones. Okay. Das könnte... Das könnte hart werden. Aber gehen wir... Wir resetten jetzt. Wir resetten, okay? Wir resetten. Unglaublich gerne. Unglaublich gerne. Sind nicht so gut. Braucht es nicht. Ja, sehr gerne. Dupes angenommen. Ja, muss nicht. Muss nicht. Ja, Dupes angenommen. Einen kann ich noch gebrauchen. Muss nicht. Ist auf 100% bitte nicht. Ja, geht. Nee, bitte nicht. Ja, ihr merkt schon. Das Banner hier ist auf jeden Fall schlechter. Deshalb wollte ich eigentlich zuerst drüben hingehen. Aber... Gönnt nicht. Deshalb gönnt es hier. Wir sind schon bei 20 Minuten Aufnahme. Wir haben noch nichts gepullt. Noch nichts gepullt. Bitte. Das sind so die traurigsten Momente in Dockern. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Das Comeback. Wir starten das Comeback noch. Nicht aufgeben. Wir haben noch genug... Wir haben noch nicht mal die Hälfte unserer Stones aufgebraucht. Noch bei weitem nicht. Also alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles bestens. Wir haben das. Wir haben das. Alles gut. Das ist noch nicht mal der erste Durchlauf bei Ihnen. Bro. Ja, Leute. Da war das Spielabsturz. Also... Mhm. Man merkt schon. Dockern-Battle ist ein bisschen überfordert gerade mit der Situation. Kannst du... Oh, ich spuck schon wieder. Richtig gut. So abgefuckt bin ich schon. Bro. Kannst du bitte, ähm... Mich überhaupt was drücken lassen? Ja, okay, Leute. Dockern gerade wirklich komplett am Arsch. Spielabgestürzt. Hat irgendwie drei Minuten gebraucht, bis ich wieder back bin. Aber komm. Wir gehen einfach direkt weiter rein. Wir gehen direkt weiter rein. Alles gut. Alles gut. Nee, alles bestens. Bin... 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 So ein bisschen salty. Aber nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Alles gut. Wir ziehen sie... Nämlich jetzt. Nachdem es... Nachdem es geladen hat. Nachdem es geladen hat. Ne, Boys? Ist alles gut, oder? Ist alles gut. Ich freue mich gleich, wenn ich euch habe, oder? Ja. Wie cheat das aber? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal, Fusinius. Ja, gib mir wenigstens Garten. Nee, wirklich. Banger Sammons. Also, wow. Ist eigentlich gut bis jetzt. Ja. Okay. Ja, go on. Mhm. Ja, fühle ich. Warte, schau zu. Warte, warte ich schon immer. Mastrochi. Oh, ja, Wardo. Ist mein Lieblingscharakter. Das ist mein Lieblingscharakter. Ein ganz dockerer Battle. Den brauche ich unbedingt. Ey, Leute. Wir sind bald mit dem Video durch hier schon. Wir sind bald mit dem ersten Part durch von den Sammons, ne? Just saying. Just saying. Bis jetzt läuft's, ne? Bis jetzt läuft's. Nö, alles gut. Alles gut. Nö. Fein. Ist fein. Wirklich. Wie geht er? Warum kommst du überhaupt mit? Warum bist du hier überhaupt? Warum bist du überhaupt mit dabei? Warum bist du überhaupt mit dabei? Wer, wer braucht dich? Bruder. Wenn du so machst, dann braucht dich doch keiner. Solche Random Puls. Die keinen jucken. Ja, wir gehen zurück zu den Boo-Boys. Wir gehen zurück zu den Boo-Boys. Zwei Durchläufe machen wir noch in dem Video. Zwei Durchläufe machen wir noch in diesem Video. Boah, ganz, ganz widerliches Gefühl gerade. Ganz, ganz widerliches Gefühl. Ich hab echt, ich hab richtig Schiss gerade. Ich, ich will, ich, ich hab, ich, ich will echt nicht umsonst gefarmt haben, Leute. Ich will echt nicht umsonst gefarmt haben. Aber was sind das für Animations? Was? Also, es fuckt mich generell schon ab, dass sie keine eigenen Animations jetzt fürs Universal gebracht haben. Das fuckt mich doch eh schon genug ab. Und dann sowas? Und dann solche Summons? Das ist es? Das ist der Plan? Hab ich den nicht schon mal gezogen heute? Ja. Okay. Oh, okay. Ja, Pan nehme ich. Pan nehme ich. Ist, ist vollkommen fein. Pan wollte ich eh unbedingt haben. Das verbessert mein Team sogar ein bisschen jetzt, äh, von Superhero Trust. Sehr cool. Das ist, glaube ich, der erste neue Charakter, die ich im... Obwohl, ist das nicht generell der erste neue Charakter, den ich gezogen habe in diesem Video? Aber egal. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Vegeta. Ja, nicht Blue, nicht Blue, aber ist okay. Ist okay. Solange du mir die Boo Boys gibst, gib mir die Boo Boys. Ich brauch die Boo Boys. Ich schwör's dir. Ich dachte schon, ich dachte schon, ich dachte schon, ich dachte schon, das wäre unser Pull irgendwie. Für eine Sekunde habe ich gedacht, hä, habe ich einen Charakter übersehen? Ich wäre so Absturz gewesen. Ich war wirklich, also so am Ende war ich noch lange nicht bei Dockerns Amens. Dieses Banner. Ich habe mir so viele Charakter, die ich haben will. Und dann bekomme ich... Alles gut. Wer bist du denn? Was glaubst du, was du hier zu machen hast? Also, nee. Ist fein. Ist fein. Ich nehme noch einen Schluck. Ich nehme... Mh. Musik ist auch wieder mal back. Zweites Mal, dass wir es überhaupt gehört haben. Gut. Sehr stark. Ist schon wieder... Ist schon wieder passt der Durchgang durch? Der ist schon wieder fast durch? Der ist schon fast durch wieder? Ich habe richtig, richtig, richtig Schiss. Ich habe richtig Schiss. Ich habe richtig Schiss. Ich brauche diese Charaktere. Bitte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dich habe ich auch schon zum zweiten Mal gezogen. Du bist unfeatured. Und ich ziehe... Ich ziehe zwei unfeatured. Zweimal. Ein feature. Zweimal. Aber einen neuen Charakter. Nö. Neuen Charakter. Wenn dann nur... Wie willst du dann? Okay. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Der Free. Der Free ist immer gut. Der Free ist immer gut. Ganz ehrlich. Scheiße auf Cooler. Scheiße auf die Gods. Ich will nur die neuen Charaktere. Die anderen kann ich mir ein paar Coins holen. Alles gut. Alles gut. Wirklich. Ich brauche... Achso. Ich habe den sogar auf 100% Schuld. Ach so. Ah. Ja. Nee. Gut. Kann ich gegen Coins antauschen? Ich weiß. Nee. Ey. Bruder. Wo sind die Animationen? Ey. Wirklich. Ich gebe dir beide Beast Gohans zurück. Ich gebe dir beide Beast Gohans zurück. für diese Charaktere. Bruder. Ich wollte Beast Gohan nicht mal. Du bist doch selbst schuld, wenn du mir so viel Luck gegeben hast. Doch kann. Ich brauche Beast Gohan nicht. Nehmt ihn. Ich spiele ihn so gut wie nicht. Das ist ein scheiß Charakter. Bitte. Bitte nehmt ihn wieder. Bitte nehmt ihn wieder zurück. Ich. Einen Schluck des Glücks noch. Okay. Letzter Durchgang für dieses Video. Bruder. Okay. Sieht gut aus. Die Bestie kommt. Ich kann gar nichts mehr reden. Das sind bald 900 Stones für nichts. Das sind 900 Stones für Gamma 1 Dubes und Pan. Und dich natürlich auch. Oh. Das ist Dockern. Das ist Dockern, wie wir es kennen. Oh. Ich habe gedacht, mein Luck wird irgendwie geboostet durchs Aufnehmen. Aber ne, das war ein One-Time. Das war ein One-Time-Only, wie es aussieht. Das war ein One-Time-Only. Ich werde nie wieder so lucky in meinem Leben sein, wie bei diesen Piccolo-Sams. Ich werde nie wieder in meinem Leben überhaupt luck empfinden, glaube ich. Nie wieder. Ich meine, Bro. Wiz. Komm mit. Oh, okay. 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 Alles gut. Bitte. Bitte. Mindestens Gods oder Cooler. Und bitte die Boo Boys. Danke. Danke. Nehme ich mit offenen Herzen an. Oh. Okay. Ich habe dann die Gods auch schon garantiert, selbst wenn ich sie nicht ziehe, mit Coins wenigstens. Das ist... Jungs. Macht das nicht mit mir. Macht das nicht mit mir. Jungs. Oh. Oh. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen. Ich liebe euch. Oh mein Gott, seid ihr geil. Oh. MG seid ihr cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Im gleichen Multicooler. Boah. 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 Ja. Okay. Das Video noch. Oh mein Gott. Oh. Boah. Oh. Boah. 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 cooler und die Buh-Boys. Cooler und die Buh-Boys. Oh, ich hab... Ich war schon happy genug cooler zu haben, aber dann noch die Buh-Boys. Und bitte nennen wir sie wirklich die Buh-Boys. Das müssen wir einführen. Und jetzt save doch bitte wenigstens schneller. Holy shit and... Oh mein Gott. So gebrochen fast. Ich war wirklich so kurz davor gebrochen zu werden von diesem Spiel. Oh mein Gott. Guckt sie euch an. Die Boi... Ja, macht... Danke. Oh. Ihr seid so cool. Komm. Noch ne Copy. Noch ne Copy von euch. Ein Juke noch. Bitte. Noch nen Juke. Jetzt fängt's an mit dem Luck. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt haben wir's. Okay. Wir sind back in the business. Wir sind back in the business. Jetzt direkt die Gorts. Direkt die Gorts. Komm. Gönn. Ja, Double Scream Crack. Alles i... Oh, ich bin wieder drin. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Das Ding ist, wenn ich die GT-Boys bekomme, ähm... Dann werde ich sofort aus dem GT-Banner rüber gehen. Wieder zu dem Banner. Weil ich hätte echt gerne cooler Dupes. Weil bei cooler sind Dupes halt so viel wichtiger als bei jedem anderen Charakter. Deshalb hätte ich gerne wirklich ein paar Dupes auf ihm noch. Und ja, boah. Also wirklich. Ich bin wirklich so erleichtert gerade. Ich bin wirklich so erleichtert. Aber erst gehen wir, bevor wir wieder in dieses Banner zurückgehen, dann werden wir auf jeden Fall uns erstmal die GT-Boys holen. 900 Stones haben uns die Boo-Boys gekostet. Und es ist fein. Es ist komplett fein. Es ist wirklich komplett fein. Ich rede mich gar nicht auf. 900 Stones ist noch immer komplett fein für mich. Vor allem cooler auch noch bekommen. Alles gut. Zwei Gamma-Dupes. Alles fein. Alles fein. Jetzt noch einen Dupe reinholen mit Beerus. Mit Beerus. Mit Beerus. Bitte kommen Sie. Kommen Sie nach Hause. Kommen Sie nach Hause. Beerus. Oh, machst du diese? Wirklich noch nie eine Wizz-Animation bekommen, wenn nur einer von beiden gekommen ist. Richtig shit. Sorry, Scheiße. Obwohl, das wird bei den TT-Boys kommen. Ha! Oh, komm. Oh, ich bin wirklich... Ich bin wirklich... Ey, es ist wirklich so gewesen. Ich war so... Da, da unten. Und jetzt bin ich so... Jetzt bin ich wieder oben. Jetzt bin ich wieder oben. Jetzt bin ich wieder dabei. Jawohl! Ja! Das ist richtig gut! Sheila ist eine richtig gute Unit. Sie ist eine richtig gute... Oh mein Gott! Okay. Okay, ich hab... Sagen wir sechs Puls gehabt. sechs Puls, die ich richtig geil finde. Zwei Gammas. Dann natürlich cooler, die neuen Pan und Sheila. Für 900 Stones natürlich nicht das Beste, was man haben kann. Save nicht. Aber... Mir reicht's. Mir reicht's vollkommen. Oh, ich bin so happy. Ich hab so Gänsehaut gerade. Ich hab so... Ey, mir ist es gerade wirklich nicht gut gegangen. Mir ist es gerade wirklich nicht gut gegangen. Oh mein Gott! Oh! Und die Ladezeiten. Ey, Dockern ist gerade so am Hypen. Holy shit! Boah, bist du des Wahnsinns! Oh mein Gott! Leute! Ich wünsche euch genauso viel Glück, wie ich in meinem letzten Durchgang hatte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich die GT-Boys schnell ziehen und dann wieder ein paar Dupes hier holen, den Banner und noch ein bisschen mehr reingehen. Und ja, Leute. Anyways, schönen Tag noch. Ciao und... Bruch! Einfach Bruch heute. Oh mein Gott!